Liebe Bürgerinnen und Bürger, wir sind im Herzen der Stadt Friedrich-Fischer-Straße. Hier gibt es im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes, das ISEG, eine Planung, die mit den Bürgerinnen und Bürgern entwickelt wurde. Nämlich mehr Raum dem Fußgänger, den spielten Kindern zu geben und damit auch in der Altstadt noch ein Stückchen mehr zum Planieren und zum Einkaufen. Es geht aber auch um klimatische Antworten, nämlich dahingehend, dass sich die Städte eindeutig überhitzen und wir mit einer Freiflächengestaltung zum Teil entsiegeln, aber auch zum Beispiel mit Wasserspielen hier das Klima in der Stadt positiv weiterentwickeln wollen. Nachdem dieser Beteiligungsprozess mit der Bürgerschaft außergewöhnlich intensiv und angenehm war, wollen wir versuchen, in diesem Jahr die Maßnahme so wie aufgezeigt umzusetzen. bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.